einen wunderschönen guten tag liebe leute eine weitere folge papa kocht es gibt hakfleisch hakfleisch gerichte sind groß im kommen weil günstig und lecker und ich habe vor kurzem ein gericht gegessen wo das so ähnlich verarbeitet wurde und ich wollte es nachbauen und habe mir überlegt wie machen wir das und wir haben geiles löstchen dazu ihr habt es ja im titel schon gelesen es gibt ein mongolisches mongolien beef haben wir schon gemacht das können wir hier oben einblenden auch das ist ähnlich aber es ist mit hakfleisch gemacht und ist relativ einfach es ist auf jeden fall spicy würzig eine günstige variante und ist einfach so ein comfort food löffelgericht ich habe voll bock drauf ich zeige euch jetzt wie es geht ich habe hier 500 gramm hakfleisch mit dem passiert erstmal gar nichts außer dass wir uns hier mal richtig den bock auf druck geben ein bisschen fett reinmachen und dann schmeißen wir das hack erst mal rein ja hoffmann bock natürlich ihr wisst bescheid so wir machen das hier so ein bisschen klein wir wollen das nachher so ein bisschen krümelig haben das wird auch jetzt noch gar nicht gewürzt oder mariniert oder ähnliches weil da kommt gleich eine richtig gehaltvolle soße oben drauf und da holt sich das hat dann alles was er braucht jetzt wollen wir erst mal so ein bisschen klein mit der geilen bock spachtel im hoffmann bock hier ist hoffmann kochgeschirr link ist in der video beschreibung unten drin mit dem rabattcode wo ist der tipp hier ist der bernzehn gibt es auf jeden fall ordentlich rabatt so und wenn wir schon bei werbung sind und diesen geilen bock angepriesen haben möchte ich auch noch heise messer ans herz legen ihr wisst heise solingen im gesenk geschmiedet geile qualität diesmal nicht aus china ich habe mir in deutschland eine alternative gesucht guckt mal link ist in der video beschreibung gibt es auch mit dem rabatt code bernzehn ordentlich rabatt kauft euch geile messer für zu hause so wir fangen an zu schnippeln und zwar habe ich mir hier eine rote eine grüne paprika die ist natürlich vollkommen optional ich finde es geil weil es nachher ja wie soll ich sagen es gibt halt ein schönes farbspiel am ende was was rotes drin das was grünes drin das kommt auf jeden fall mit hin und viel mehr ist es auch gar nicht außer noch ein bisschen chili wir schneiden uns die jetzt mal so in würfelchen so die paprika ist schon mal gewürfelt und dann nehmen wir uns noch hier frühlingslauch für die zwiebeligen aromen dazu ein bisschen was von dem grünen oben habe ich mir aufgehoben das schmeißen wir nachher oben drauf so das kommt auch gleich mit rein das kann dann mit braten und ich habe hier eine rote peperoni ja komm es ist ja mongolisch muss ja bis die druck haben geldern die sind ja nicht so brutal scharf weil wir uns einfach mal mit rein versuchen die auch noch mal so irgendwie in würfelform zu bekommen wenigstens annähernd das gute dabei ist man kann es daher nicht aussortieren weil es ist optisch nicht mehr von der paprika unterscheidet kleiner trick wenn eure frau sagt zu hause zu scharf sagst du guck mal ist nur paprika drin funktioniert bei mir übrigens auch der trick grüße gehen raus an die scheffern ja ich lasse hier auch alles drin die kerne alles drum und dran die machen nachher geile aroma drauf beißen alles gar kein problem super lecker so hackbrät und das drehen wir jetzt gleich zum ersten mal bevor wir uns die soße anrühren guck mal da hast du schon einen ganzen haufen gemüse ne so guck mal hier das ist das was du haben willst ne schön angebratenes rinderhack diesmal könnt ihr auch schwein nehmen oder hähnchen oder wie auch immer aber ich finde es mit dem rinderhack und dieser dieser speziellen soße die wir dazu machen die ist schon die ist schon ziemlich gut so das braten jetzt noch mal so ein bisschen und dann kommt hier gleich auch das gemüse mit rein derweil rühren wir uns noch ein bisschen sößchen zusammen timmy du hast das rezept für mich glaube ich ja aber ich weiß wir fangen schon mal mit fünf esslöffeln wasser das weiß ich die haben nämlich schon mal abgemessen eben so dann gibt es da ein bisschen salz pfeffer bin ich mir auch relativ sicher salz pfeffer ist drin ich nehme mir diesen groben steegpfeffer ihr wisst bescheid so wie geht es weiter drei esslöffel soja soße die helle aber der dunkle so normale soja sehr gut vorbereitet hat mir wie viele sind das so gut wie viele 33 3 esslöffel 12 33 jahre zwei zucker zwei esslöffel zucker brauner zucker zwei löffel sehr gut äußerstoße ein äußersto die gute likumki austernsoße link unten zum shop areal 82 kriegt ihr bei uns auch zu kaufen viele von euch haben irgendwie keinen zugriff auf geile austernsoße bei uns gibt sie auf jeden fall ja so zwei stück tim ne 1 1 1 ja weißt du auch warum der ist darum das alles so ein bisschen cremig zusammenzubringen was so haben wir drin jawohl einen halben dunkle soja so ein halben dunkle der bringt die geile farbe und das war ein ganzer ist aber auch okay zwei kochwein zweimal kochwein da müsste genau sein wenn er zu viel kochwein rein macht dann katastrophe ist ja ziemlich genau machen 12 zwei einen honig ein esslöffel honig jawohl schön 1 el honig ist drin sesam öl glaube ich noch der sesam 1 esslöffel hier ist auch drin und dann haben wir ja schon alles gerne ja und was da noch reinkommt ja sehr schön was da noch reinkommt ich habe hier so chicken powder das ist so eine hühner bouillon die kommt auch mit rein ist ein riesen ding in asien schmeckt geil ist es anstatt msg wahrscheinlich und macht so ein bisschen huhn flavor mit rein so und dann reiben wir uns dann noch ein bisschen knoblauch mit rein so der muss nämlich dahin habe ich einfach die knoblauchzehen geschält und die gehen dann hier quasi über die microplane was wir jetzt zwischenzeitlich schon machen das hat ich höre das schon ich höre das kein wasser mehr drin einfach schön angebraten und dann können wir auch das gemüse dazu machen irgendwann kommt auch noch ein ja irgendwann knoblauch genau richtig so jetzt machen wir das gemüse mit rein lassen das mitbraten und ihr werdet sehen das sieht wunderschön ausgleich was da auch geil hinpassen würde fällt mir gerade ein so ein staunensellerie das wäre auch geil ja ich stehe geschmacklich voll drauf also staunensellerie auch eine option für das gericht und dann durchschwenken schön auf power und dann geht es weiter so knoblauch rein rein ein ganzer knoblauch weg ich mag das gern gerieben ich finde es geil das lässt so richtig weiß es ist anders als gepresst es lässt dann so richtig die den knoblauch die power raus und los das ist auf jeden fall kommt dann so geil tippie zeigt es mal kommt dann so ganz fein gerieben der knoblauch raus tippie toppie aber ihr seht es ja auch da in der kamera glaube ich man sieht ja überall die richtung wir sehen es ja überall gett und wenn hier so ein kleines stückchen übrig ist am ende einfach und reinschmeißen es fällt überhaupt nicht auf drinnen immer noch mal den wock wocken lassen wunderschön immer wieder fragen helle und dunkle sojasauce was der unterschied ja ich habe das ja schon mal gezeigt die dunkle sojasauce die ist ein bisschen dickflüssiger und viel intensiver von der farbe her und die helle sojasauce ist eigentlich falsch bezeichnet eigentlich muss man sie dünne sojasauce nennen ja aber ich glaube da steht auch in der regel in asien steht sojasauce drauf in deutschland wird die als helle verkauft farblich macht es keinen unterschied geschmacklich macht es einen großen unterschied die dünne sojasauce schmeckt dünner und die dunkle die schmeckt intensiver und hat auf jeden fall auch krasses farbgebende komponenten quasi und die ist ein bisschen dickflüssiger so jetzt habe ich hier so ein dickes stück ingwer reibe ich auch mit haut und haaren einfach schön über die microplane drüber nehmen aber nicht alles weil es kann schnell weil du riechst das schon wenn er so power hat wie das stück hier gut ab so timi wie viel stärke kam da noch rein einer ein esslöffel stärke jetzt wie man das hier mal alles auf die welt sehen gleich geht es richtig zur sache ja so jetzt wollen wir erstmal gestrichenen esslöffel stärke mit rein das ist die bindung die wir gleich brauchen obwohl die soße eigentlich dick genug ist aber das ist auf jeden fall schon eine sache da bringen wir alles schön mit zusammen schön aufhören zwischendrin immer noch mal nicht gut dann hast du noch gar keine gewürze dran du riechst aktuell nur chili paprika so ein bisschen was zwiebelig ist ja so ich werde mir auf jeden fall mal kurz ein schneebesen besorgen damit wir das hier alles schön aufgerührt kriegen immer kommt der löffel da auch an die grenzen so guck mal hier bitte rein wie schön das aussieht und jetzt seht ihr mal wie schnell das fertig ist ganz nebenbei während wir dieses video hier drehen wollte ich euch mal ganz kurz erzählen während wir dieses video hier drehen sind wir parallel live auf twitch gerade nicht weil wir hier großartig einen tollen koch livestream machen sollen wir testen das nämlich gerade mal aus weil wir sind jetzt auch sehr aktiv auf twitch tim kannst du gerade mal meinen namen und einblenden und den link machst auch unten rein bitte ja sehr gut leute kommt auf jeden fall zu twitch da kommen wir live wenn alles gut läuft einmal die woche sogar so so fertig tippitoppi so tippitoppi so tippitoppi komm mal ran hier und jetzt einfach rein damit gucken dass alles draußen ist den zucker der löst sich jetzt erst auf wenn er warm wird und ihr seht schon hier geht es richtig zur sache und jetzt bringen wir das hier alles schön zusammen das riecht geil sondern jetzt kann knoblauch ingwer alle gewürze jetzt nehmen wir auch so ein bisschen temperatur raus jetzt gehe ich mal auf sechs von neun das ist so wunderschön guck mal wie geil das aussieht sondern das lassen wir jetzt so ein bisschen warm werden aufkochen fertig ist das eigentlich schon und guck mal wie geil diese bock spachtel die gibt es auch bei hoffmann die passt dazu die passt hier perfekt perfekt rein wir lassen ein bisschen aufkochen ich mache hier kurz ein bisschen ordnung besorgt mir ein bisschen reis und dann servieren wir auch schon essen zusammen so fertig ist es wunderbar so rüber damit schüssel ich hier mit reis aber jetzt pass auf guck mal hier das musst du dir mal wirklich aus der nähe angucken ist das nicht wunderschön kommen die konsistenz auch ja das hier unten keine soße mehr drin das zieht sich alles wunderschön übers hack drüber das ist nicht so ein suppiges ding sondern es ist einfach nur das wie so ein dick gekochtes chili con carne aber die aromen die wir da drin haben diesen auf jeden fall das ist ein anderes level so jetzt haben wir hier reis und runter dann geht das hier oben drauf noch ein bisschen in die mitte so und obendrauf machen wir so ein bisschen koriander und frühlingslauch so und davon machen wir jetzt ein foto und wenn wir das foto gemacht habe das ihr schon gesehen habt dann erst mal zusammen okay guck mal hier wie geil das aussieht focus on point on point und jetzt sagt mir nicht dass das nicht hübsch ist und das ist ja auch okay bis auf den zucker vielleicht ist es eigentlich auch ein gesundes essen ihr könnt ja ihr könnt ihr im zweifelsfall einfach zucker durch honig ersetzen aber ihr braucht es auf jeden fall so jetzt probieren wir es zusammen und ich habe es ja eben schon aus der pfanne probiert ich weiß es schmeckt geil aber jetzt werde ich es auf jeden fall mit ein bisschen reis genießen und das ist auf jeden fall ein bomben gericht zwar ich jetzt schon also geil auf den punkt gekochter lockerer basmati aus dem geilen reiskocher der könnt ihr schon darauf freuen das wird ein geiles ding bombe ich sag's euch das ist was für jeden tag guck mal hackfleisch ist günstig reis kannst du immer da haben ein bisschen gemüse mit reingeschnippelt und die sachen für die sohn sollte die eh daheim haben leute vielen lieben dank fürs zuschauen gib uns einen daumen nach oben schreibt uns einen netten kommentar und falls ihr das noch nicht gemacht habt abonniert den kanal da unten in der roten box das kostet gar nichts und schmeckt gut uns bedeutet die welt wir freuen uns darüber ja und wir verabschieden auch gleich noch mal oder die zuschauer von twitch die hier parallel mit geguckt haben heute abonniert hier den kanal bei twitch auch unbedingt link ist unten in der video beschreibung kauft euch wog fan oder andere von hoffmann und bleibt uns treu vielen dank fürs zuschauen wir essen ciao Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.